Jedes Jahr kommt neue Transformer hinzu. Man kann immer bessere Aufgaben bewältigen. Es erleichtert unseren Arbeitsalltag im Allgemeinen, weil wir einfach nicht so viele Männer dafür brauchen oder Manpower. Das heißt, wir können Aufgaben jetzt mit der FME innerhalb von ein paar Minuten erledigen, die wir vorher über Tage mit mehreren Männern vor allem abhandeln müssen. Bis zum nächsten Mal.